Mark Aurel von Theodor Birth gesprochen von Jan Köster Herkunft und Kindheit Auf den Friedenskaiser Hadrian, der im Jahre 138 starb, folgten unter seinen beiden Adoptiverben Antoninus Pius und Mark Aurel 40 weitere Jahre der Gerechtigkeit und zunächst 20 weitere Friedensjahre Mark Aurel, geboren 121 n. Chr., gestorben im Jahre 180, ist der schönste, edelste Name, den das alte Rom zu nennen hat Alles, was gut war an der Antike, sammelte sich gleichsam in diesem Herzen Ein reines Menschentum, voll männlicher Kraft und voll Geduld, Ausdauer, Umsicht und aufrichtigster Güte Ein Vater der Menschheit Mark Aurel war Kaiser der Welt Aber er ist auch ein Lehrmeister der Frömmigkeit, ein Tröster der Einsamen geworden Und noch im zweiten Jahrtausend nach seinem Tode haben sich viele Herzen an ihm erbaut und ausgerichtet Herzen, die Standkraft und Frieden suchen in den Wirren und Enttäuschungen des Lebens Mark Aurel steht noch auf der Höhe Hadrians Gleich hinter ihm gähnt der Absturz und ein Chaos von Thronwirren beginnt Dazu wirtschaftlicher Niedergang und die Angst vor den Germanen Dieser Mensch mit der reinen Seele war ein Kämpfer Er hat Rom noch einmal vor den Germanen gerettet Die Antoninsäule in der Siebenhügelstadt verkündet das aller Welt noch heute Auf der Piazza Colonna, nahe dem Monte Cittorio, wo heute das Parlament tagt Und über das Geschick des modernen Italiens entscheidet Und über das่ handcufft Denn wir lassen uns das ins Leben Die Antoninsäule in der Nähe